Servus, grüßen, hallo, hier ist euer Crypto-Denis mit dem neuesten Crypto-Update. Heute ist der 21.06.2021 und heute sprechen wir über den Bitcoin, über den DXY und über Ethereum. Und bei Ethereum habe ich auch ein Tierchen gefunden, was euch auch sehr interessieren würde. Bei Bitcoin und DXY geht es natürlich auch um das Tierchen von gestern, also das harmonische Pattern, ich nenne es Tierchen. Ich wollte noch was dazu sagen, weil mich einige Nachrichten auch privat erreicht haben. Ich sollte noch mal was dazu erklären, dass es auch ein bisschen verständlicher ist. Und natürlich, unser Short ist perfekt aufgegangen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Ich sollte noch mal was dazu sagen. So, hier sind wir bei Bitcoin und wir fangen mal in den kleinen Zeiteinheiten an, und zwar im 4-Stunden-Timeframe. Hier ist diese Wolf-Wave hier in Vice, die ich ja gecallt hatte, hier in diesem oberen Bereich. Und was soll ich sagen, perfekt aufgegangen. Ich sagte, wir sehen mindestens hier diese Taglinie, diese Weise, was ist passiert. Er hat sie aber wirklich genau, wirklich genau getroffen. Leute, Glückwunsch an die, wo sie mitgegangen sind. Ich weiß, es sind einige mitgegangen, weil sie das Pattern wirklich interessant fanden. Und wollten es mal probieren. Und ich hatte jetzt wieder recht. Wir gucken mal, wie viel Prozent wir gemacht haben. Ich bin schon ein bisschen vorrein, das hatte ich ja im letzten Video gesagt. Hier habe ich stark vergrößert. Wir gehen jetzt von hier mal aus, wo die meisten reingegangen sind. Und hier waren knapp 17 Prozent möglich. Wie gesagt, Glückwunsch, die, wo die Bitcoin geschordet haben. Ich weiß, dass es einige gibt, wo sie scheiße finden, dass man Bitcoin schordet. Mir ist es egal, ob ich jetzt irgendeine Kryptowährung lange oder schorte. Außer bei Cardano, das wisst ihr ja. Und hier habe ich meine Bitcoins ja vermehrt. Also so ist es ja nicht. Und viele von euch auch. Einige von euch sind UST-Täter. Aber egal, Gewinn ist Gewinn. Wir hatten jetzt 17 Prozent. Und ja, wenn ihr diese Art von ETA auch lernen wollt. Wir haben noch viel in der Hinterhand. Dann informiert euch bei Kevin und mir über die Bull vs. Bass Akademie. Einfach unter dem Link in die Telegram-Gruppe joinen. Und uns einfach direkt einschreiben wegen Infos. So, jetzt machen wir das Bild mal etwas größer. Und schauen uns mal an, was hier... Oder beziehungsweise ein bisschen enger, was hier passieren könnte. So, ich hatte hier diese gelbe Box und diese rote... Äh, diese gelbe Box und diese grüne Box. So, ich... Scheiße. Ich muss Pause mal. So, ich habe nichts getrunken. Ich komme vom Arbeiter. Also so ist es nicht. Ähm, ja. Wie ihr seht, starke Konsolidierung, ja. Über... Jetzt seit wann? Seit 19. Mai, ja. Und, ähm... Ich dachte, es wird ein Bearish Pernand, ja. Es ist immer noch nicht ausgeschlossen, dass es eins wird. Es könnte hier jetzt auch ein Fake-Out sein, ja. Ähm, ich sagte, diese Box wird schwer sein zu überwinden. Er hat es nicht überwunden. Es gab einen fetten Abverkauf, wo wir da natürlich viel runter... Also komplett runtergeschortet haben. Ich habe geschrieben hier, dass ich, äh... Hier komplett meine Position geschlossen habe. Ich sage euch jetzt auch warum, ja. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall nochmal die etwa die 36.110. Wir werden uns mal gucken, wo das ist. Es wäre wieder etwa das... Das andere Ende dieses, äh... Ja, dieses Bearish Pernand, ja. Wir lassen mal jetzt den Fake-Out jetzt weglassen. Ähm, und ich zeige euch auch warum, ja. Wir gehen jetzt mal ganz kurz zu den Weekly CPS, oder zu den CPS allgemein, ja. Hier haben wir in Gelb das Monthly CPR, ja. Wo wir da kurz angestoßen haben und dann wieder runter, ja. Wird zu über 85% jeden Monat angestoßen. Die Weekly CPRs zu über 90%, ja. Jetzt gucken wir uns das mal an, das Ganze, ja. Und ihr seht, die Woche hat angefangen, ohne dass wir das angetestet haben. Und wir sind etwa bei 36.131, genau. Wird das, ähm, das BC, das Weekly CPS, oder der Weekly Pivots, ja. Wir sind jetzt hier dreimal von dem S1 abgeprallt, von den Weekly, ähm, von den Weekly Pivots. Und ich kann mir jetzt wirklich vorstellen, weil das passiert über 90% der Fälle, dass wir hier diesen Bereich da anfahren, hier. Ja, bevor es dann weiter runter geht. Und es würde dann perfekt auch mit diesem Pattern auch passen. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht, wenn wir jetzt hier rausgehen, dass es jetzt ein Pappen nach oben gibt. Also, sorry Leute. Also, das glaube ich jetzt erstmal nicht. Wobei, wie gesagt, da komme ich jetzt auch danach dazu, zu unserem, ähm, Barish Butterfly, wo ich ja beim letzten Video gecallt habe, ähm, wo viel Eindruck erweckt hat, ja. Ja, da kommen wir gleich dazu. Äh, ich persönlich wäre jetzt erstmal kurzfristig bullisch, wenn wir hier über die grüne Linie kommen. Diese Linie hier, diese rote, ähm, die hat für mich jetzt im Moment keine Signifikanz, ja. Und hier unten ist es auch nicht die orange Linie, wo man für mich signifikant ist, sondern hier diese, ja, gelbe Balken. Wenn der, wenn das unterschritten wird mit einer schönen Daily Kerze, und, ähm, dann denke ich, dass das Ganze, äh, ja, ja, sehr böse werden kann, ja. So, schauen wir aber nochmal, nee, nochmal, wir schauen uns nochmal kurz das ganz große Bild an. Ich habe hier ja das, ähm, ein mögliches Handle, ähm, ohne Cup, äh, gecallt, ja. Mit den Zielen, ihr seht es hier, ja, da sind die ganzen Ziele nach unten. Das würde natürlich auch mit dem, äh, Barish Butterfly, äh, ähm, konform gehen, ja. Und wir kommen jetzt gleich nochmal zum Barish Butterfly. Aber vorher gucken wir uns nochmal die EMAs an. So, hier sind die Daily EMAs und ich habe ja schon, ich glaube, im vorletzten Video, war das, glaube ich, am drittletzten, das weiß ich mal ganz genau, hier gesagt, ja, wenn hier diese hellblaue Linie und diese Liederlinie sich kreuzen, ist es ein Death Cross. Das wäre sehr, sehr bearish, ja. Und wir sind jetzt kurz davor. Ähm, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ja, ich glaube, mal gucken wir uns mal hier an, der Cross hier, ja, also ich kann mir gut vorstellen, wenn die Kerze jetzt hier schließt, hier, ja, dass wir dann hier einen Death Cross haben, also die 50er EMA und die 200 EMA, dass die sich kreuzen, was, wie gesagt, äh, sehr bearish wäre, ja. Und ihr seht, wir haben jetzt alles hinter uns gelassen, bis zum Daily. Wir gucken uns mal kurz, ganz kurz die Weeklys an, wie es da aussieht und das, auch der Sitz, auch nicht wirklich gut aus. Denn, ihr seht, die 50er EMA beim Weekly hat sehr, sehr viel ausgehalten im Moment. Wie gesagt, die Woche hat erst angefangen, muss man sagen, es läuft schon sechs Tage und zehn Stunden. Aber sollte sie hier, sollte sie wirklich diese Weekly drunter schließen, dann, ähm, ja, was soll ich sagen, ja, dann ist die nächste, die 100er EMA, die ist bei 24.600, ja. Also das ist schon krass, das Ganze. Aber jetzt von der Gesamtansicht gesehen, ist es unausweichlich, ja. Ist es wirklich unausweichlich. Ähm, wir gucken, jetzt, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz zum Bearish Butterfly, was wirklich viel Aufsehen erregt hat, ja. So, hier sind wir noch mal beim Bearish Butterfly, bei einem harmonischen Pattern, ja. Ich werde nicht umsonst auch in der Akademie Mr. Tierchen genannt, weil das einfach auch mein Ding ist, auch wenn es die letzten Wochen, einige Wochen, ein bisschen liegen gelassen hat. Aber, ich hab's, hab mal's wieder reingeholt in die Charts. und wenn ihr wissen wollt, was das, also, wie ich genau da drauf komme, weil jetzt, wir sind jetzt im logarithmischen Chart hier, wie ich da drauf komme, ja. Ähm, dann schaut euch später das Video von gestern nochmal an, ja. Es wird jetzt eingeblendet, ja. Schaut euch an, warum das hier eigentlich abweichen im Ganzen, ja. Wie gesagt, das alles genau erklärt. Da will ich aber jetzt nicht auch drauf hinaus. Und zwar wurde mich, wurde ich gefragt, ja, ähm, wann gilt das Pattern als erfolgreich, ja. Und das Pattern liegt, ist erfolgreich, indem wir hier oben beim, äh, 1,6, 1,8er, wie gesagt, guckt euch das Video von gestern an, ja, warum das 3,6er hier ist. Aber das ist das 1,6, 1,8er, äh, Fibonacci im logarithmischen Chart, ja. Und, ähm, es gilt theoretisch als erreicht, ja, als erreicht, wenn wir mindestens das 0,2,3, äh, 6er Fibonacci anfahren. Das haben wir jetzt gemacht. Sollte also hier jetzt drehen, wovon ich, wie gesagt, nicht ausgehe, ja, dass wir hier über das Altam High jetzt drüber kommen, ja, ist es trotzdem, war es trotzdem erfolgreich. Das muss man dazu sagen, weil diese, diese harmonischen Patterns kommen sehr, sehr, sehr oft, ja, ob es jetzt im Forex ist oder ob es jetzt im Kryptomarkt ist. Beim Kryptomarkt hat es noch ein bisschen eine Eigenart, wie gesagt, das ist meine Erfahrung, dass er gerne, und da kommen wir jetzt dazu, ja, er macht gerne bei der D, beim Punkt D, muss er nicht machen, aber er kann. Deswegen sage ich, dass er jetzt der, der, ähm, wenn wir über diese Box drüber kommen, wo ich vorhin gezeigt habe, wenn es nach oben geht, dass man da auch long gehen kann. Denn, er macht gerne bei harmonischen Pattern, Patterns, ein Double Top. Das heißt, bevor wir dann hier weiter runtergehen, hier auf das signifikante 382er oder das 0786er oder noch tiefer, ja, könnte er erst mal das, man könnte, auch wenn jetzt vieles im Moment dagegen spricht, das macht er, wie gesagt, gerne, äh, aber nur bei den Kryptowährungen. Bei den Forex ist es nicht so oft, ja, so wie ich es gesehen habe. Das ist mehr bei den Kryptowährungen, ja, jetzt allem vor allem jetzt Bitcoin. So, dass wir zuerst nochmal da hochkommen, bevor wir hier einen Doppeltop bilden und bevor es dann richtig nach unten kommt, ja, und ich sage euch, wenn wir hier wirklich jetzt einen Doppeltop binden, dann ist dieser signifikante Bereich vom 0382er, dann wird das nicht halten, ja, dann werden wir hier mindestens das 05er sehen und Maximum, also jetzt, wenn es nur eine große Korrektur ist, ja, und ein größerer Bärmarker ist, hier das 0786er, ja, dann gibt es, es könnte so aussehen, ja, dass man zuerst hier noch einen Doppeltop, er muss nochmal komplett ans ATH, aber hier irgendwo und die Gegend hier, dass es so aussieht wie ein Doppeltop, bevor es dann runter geht. Kann passieren. Ist bei Kryptowährungen des Öfteren der Fall, ja, deswegen muss man jetzt gucken, wo er auch ausbricht, ja, deswegen werde ich auch noch keine große Shortposition erstmal eröffnen, ja, außer wir werden diesen Bereich hier nach unten durchbrechen, ja, das habe ich vorhin auch gezeigt, ja, das war die, äh, die gelbe Box, glaube ich, genau von unten. Dann sehe ich weiter Potenzial nach unten, ja, aber es ist theoretisch hier auch noch möglich, dass wir hochgehen. Und das würde das Pattern nicht kaputt machen, solange wir nicht über diese D kommen, über den Punkt D, ist das Pattern noch gültig, ja, und es ist schon erfolgreich, weil man ja das 02386er schon, angefangen hat. Aber das ist nicht das Normale, dass wir hier bleiben, das ist nicht normal, ja, es ist nicht gang und gäbe, ja, es ist eher hier diese grüne Box, oder diese grüne Box. Und wenn es ganz schlimm kommt, was wir natürlich nicht hoffen, wobei zum Einkaufen wäre schon eine geile Sache, aber trotzdem ist diese Box und diese untere Box, ja, ähm, ja, wie gesagt, das ist ein Langzeitschart, ja, das sind die zwei Wochenkerzen, ja, so, das habe ich euch nochmal erklären wollen. Ähm, das war es jetzt zu Bitcoin, kommen wir ganz kurz zum DXY. So, hier sind wir ganz kurz beim DXY-Chart, ja, da will ich mehr oder weniger auch drüber fliegen. Ich habe es ja gestern schon gesagt, hier wird es sehr, sehr gefährlich für die Kryptowährungen. Grund ist, antizyklisch, geht es hier hoch mit einem Dollarindex, war es bis jetzt immer so, dass die Kryptowährungen dann runter sind, ja, und hier ist, entsteht ein perfektes, aber perfekten doppelter Boden, ja, und sollte er, das sagte ich auch gestern, diesen Bereich hier brechen, dann sind alle Dämme gebrochen, da denke ich auch, dass es dann wirklich zu abstürzen, also weiter einen großen Abstürzen bei den Kryptowährungen kommen wird. Ähm, es sind, es ist der 3-Tages-Chart, ja, gehen wir mal runter, ich glaube, ich habe letzt mal den 2-Tages-Chart an, aber naja, ja gut, es ist ähnlich, ähm, gut, er hat jetzt ein bisschen wieder eingebüßt, das Ganze, ja, und trotzdem sind es runter, es ist ja nicht so, dass wenn hier der, ähm, der DXY runter geht, ja, dass dann, äh, die Kryptowährungen 8 sofort dann hochgehen, oder umgekehrt, ja, es ist, ähm, es spielt alles irgendwie ineinander, das heißt, sollte es bullisch aufgelöst werden, dann werden wir einen weiteren Abverkauf der Kryptowährungen sehen, ja, ähm, das ist keine Finanzempfehlung, klar, aber so war es in der Vergangenheit, immer so, und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, es passt einfach alles auf von den bearischen Patterns bei Bitcoin, ja, so, das war es schon vom DXY, jetzt kommen wir zur Ethereum, da wird es wieder interessant mit einem neuen Tierchen, so, hier sind wir bei Ethereum, ja, und, ähm, es wird jetzt ein bisschen kompliziert, ich tue das in zwei Parts jetzt aufteilen, einmal den Part 1, und zwar, ähm, ähm, ein harmonisches Pattern, was ich leider jetzt nicht gesehen hatte, ja, vor längerem, ja, sonst, ähm, hätte ich sehr, sehr viel Kohle gemacht, ich zeige euch jetzt auch gleich warum, das ist jetzt Part 1, und Part 2 ist das neue Pattern, was ich dann gesehen habe, was, äh, ja, jetzt im Prinzip auch schon in der Mache ist, so ähnlich wie bei Bitcoin, hier sind wir auch im logarithmischen Chart, nur, dass ihr da Bescheid wisst, ja, weil hier ist es einfach geil, ähm, ja, anders geht es auch gar nicht, ja, hier kommt das richtig zur Geltung, so, einmal, hätte, hätte, ich, oder hätte, hätte Fahrradkette, wie gesagt, Part 1 ist das, haben wir hier ein vollständisches, ähm, Bullish Dragon, ja, Bullish Dragon ist im Prinzip, mit Neckline und dann hoch traden, und das sieht so aus, wir haben hier im Prinzip, wenn man hier das jetzt sieht, hier, diese, diese kleine Boden hier, und diese Neckline und dieser Einstieg hier, dieser Einstieg, denkt man jetzt, uns mal weg, wir haben jetzt nur das und das hier, wie gesagt, das ist leider, ähm, leider habe ich das übersehen, dieser Bereich ist das im Prinzip hier, ja, und ihr seht, wie viele Punkte wir haben hier, wir haben hier mehrere Punkte, haben hier Preis Action, haben hier zum Teil Preis Action, ja, dann wäre das so, ja, dass nach diesem, das ist ja wie ein doppelter Boden, ja, das, im Prinzip ist es so, dass wir von unten dieses Stück hochkommen, hochkommen, ja, und das, oh, was bleibt hängen, und das ist davon dann einen starken Abverkauf gibt, klar, hier, dann machen wir uns dann W-Pattern, ja, und dann hier, wenn wir drüber kommen, weil das ist ja das, was wir eingezeichnet haben, dann wäre hier die Long Position, ja, und das ist ein Bullish Dragon, ähm, dann wäre das hier ein Anstieg von über 1100% gewesen, ja, hätte, hätte Fahrradkette, aber ich wollte euch das Pattern jetzt nicht vorenthalten, jetzt kommen wir zum aktuellen Pattern, das wäre jetzt Part 2, und zwar haben wir hier ein Bearish Crab, ja, schon wieder ein anderes Tierchen, ja, bei Bitcoin ist es das Bearish Butterfly, und bei Ethereum ist es also das Bearish Crab, ja, so, jetzt blende ich mal das Ganze ein, jetzt ist natürlich das Vortrag kurz weg, so, und ihr seht jetzt, das stimmt ja alles nicht überein, ja, wie gesagt, guckt euch das Video von gestern an bei Bitcoin, da habe ich es genau erklärt, ich habe alle Fibonacci's manuell nachgemessen, nachgemessen im Logarithmuschart, das hier, dass, diese Zeichnung hier bei Trade Me You geht leider nur im Normalen, deswegen sind hier die Zahlen komplett beschissen, ja, aber die stimmen alle überein, ja, und hier, da unten ist es natürlich auch im logarithmischen Chart beim 0,98 oder so was, also fast das 1er Fibonacci, das ist überhaupt kein Problem, das sind so Erfahrungswerte, wo man hat, das hat, da hat noch Toleranz meiner Meinung nach, ja, aber sonst, alles klar, es ist alles drin, und dann nehmen wir jetzt noch ganz kurz die Fibonacci's mit rein, ähm, genau, hier sind wir oben zwischen dem 1,272er und 1,618er Fibonacci, und gucken wir uns das Bild an, ja, und dann sehen wir, dass er zwar hier, nett, perfekt da oben, äh, das 1,618er jetzt getroffen hat, das ist natürlich nicht so schön wie bei Bitcoin, ja, ganz klar, aber der ganze Markt orientiert sich ja nach Bitcoin, ja, da ist es natürlich immer, nicht immer einfach und perfekt sowas zu sehen, aber es ist in der Toleranz drin, nach meinen, auch nach meinen Erfahrungswerten, und das hier dürfte erst mal das Top sein, und jetzt gucken wir uns mal die Targets an, dazu gehe ich vom tiefsten Punkt, also von A zum höchsten Punkt, zu D, und dann haben wir hier mögliche, ähm, ja, mögliche Targets, hier seht ihr schon, wir haben das 0,2,3, äh, 6er schon angetestet, perfekt, wirklich perfekt drauf, ja, also das ist eigentlich schon wie, ja, schon, ähm, es wurde schon gut aufgelöst, oder richtig aufgelöst, das Bearish Grab, ja, nichtdestotrotz ist das hier nicht, das Endziel, das Endziel, bei einem Bearish Grab, ist im, in den meisten Fällen, immer das Golden Pocket, und das haben wir hier, ja, ja, ich weiß, ich weiß, es ist bei 380 Dollar, ja, ich sagte, mein Ziel ist entweder bei 1000 rum, 950.000 rum, oder bei etwa 400, 450, also würde das hier eigentlich auch sehr gut passen, hier von den Bearish Targets her, ja, aber auch hier, aufpassen, es kann hier noch ein Doppeltrop gebildet werden, ja, wie bei Bitcoin auch, macht das sehr gerne, ja, also hier habt ihr es, hier haben wir ein Bearish Grab, also kein Butterfly, sondern ein Grab, ich weiß, es ist ein bisschen verwirrend, ja, weil es mehr harmonische Patterns gibt, aber hier handelt es sich um ein Bearish Grab, mit einem, ähm, das haben wir, durchschnittlichen Ziel vom Golden Pocket, und das ist hier leider bei knapp 300, ja, 374 Dollar, das Ganze, natürlich kann es hier auch schon beim 0,382er, oder beim 0,5er fertig sein, das ist überhaupt keine Frage, ja, aber ich, man geht davon aus, was er am meisten anfällt, und das wäre hier beim Bearish Grab, auf jeden Fall das 0,618er, äh, Fibonacci, hier also das, das Golden Pocket, so, jetzt wäre natürlich die Frage, ja, wo kann man hier, ähm, also Long Term, Long Term noch einsteigen, ganz klar, wenn wir hier, oder das 0,236er Fibonacci kommen, ja, dann wäre hier, zum Beispiel auch eine Short Möglichkeit, ja, aber für mich ist so ein Pattern eigentlich eher eine Richtung, ja, hier sehe ich jetzt, wir sind in einer Korrektur drin, natürlich können wir nochmal hochgehen, bevor es runter geht, das ist ganz, ganz klar, ja, aber, ich kann mich jetzt eher, das macht einen guten Trader auch aus, ich tue ja, ähm, Patterns, Traden, ja, oder Range, und ich sage, ich weiß schon, jetzt, also wenn es nach meiner anderen TA geht, gut, wir werden jetzt in den nächsten Wochen, meiner Meinung nach, fallen, ja, dann ist es für mich einfach zu sagen, gut, ich trade jetzt eher die bärischen Patterns, ja, oder, ich gehe mit mehr Risiko rein, also mit mehr Kohle rein, ja, als wenn ich sage, gut, ich nehme jetzt hier, wenn ich die, wenn die Bullische kommt, die Korrektur nach oben, ja, kann man mitnehmen, ganz klar, ja, werde ich auch machen, aber natürlich dann nur mit dementsprechend weniger Geld, ja, weil das sind so Sachen, wenn man hier einstellt, das fährt so lange Trades und sowas, ja, und ich halte keine lange Trades, es liegt an den Fees, an mehreren Sachen, ja, ich habe eher so die Tage, wo einige Tage gehen maximal, die, hier Monate vielleicht, ja, aber ich kenne die Richtung, ja, und das ist mir wichtig, so, das war es für heute, ja, ich weiß, es war ein bisschen länger, aber ich denke, das war sehr, sehr interessant, lasst bitte ein Like da, ein Kommentar da, ihr würdet mir damit sehr, sehr helfen, ja, dazu einfach unter der Beschreibung gucken, hier, und hier auf den Like-Button drücken, habt ihr den Kanal noch nicht abonniert, dann bitte abonnieren, aktiviert die Glocke, das ist ganz wichtig, sodass ihr informiert werdet, wenn ich ein Video hochlade, so, des Weiteren, hier könnt ihr mich unterstützen, bei Bybit und Femex, ja, über die trade ich auch, bin sehr, sehr zufrieden, und ihr, wie gesagt, unterstützt mich damit, so, des Weiteren, hier, die Telegram-Gruppen, hier Content-Only, je nach Support eurerseits, werde ich auch mehr Content bieten dann, und hier, der Crypto-Talk, wo wir uns dann austauschen können, und wenn ihr Lust habt, die A2-Land, oder auf unseren Indikator, dann sprecht Kevin oder mich in Telegram, bitte an, ja, dann bekommt ihr von uns Informationen, dann lernt ihr alles Mögliche, von der Wolf-Wave, bis Elliot-Wellen, bis alles, ja, also, es bleiben keine Wünsche offen, gut, wie gesagt, dann hoffentlich bis morgen, schönen Abend noch, euer Crypto Dennis von der Bulwur Space Academy, ciao.